Bei uns, den Volksbanken Raiffeisenbanken, dreht sich alles um eine ganz besondere Verantwortung. Wir sind unseren Mitgliedern verpflichtet. Das zeichnet uns aus. Aber warum? Sobald Sie bei uns Mitglied geworden sind, sind Sie mehr als nur Kunde. Sie sind Teilhaber Ihrer Bank. Das bedeutet für uns, wir sind von nun an Ihnen und Ihren persönlichen Zielen und Wünschen verpflichtet. Denn durch Ihre Genossenschaftsanteile erhalten Sie ein Mitspracherecht und entscheiden mit, wohin die Reise Ihrer Bank geht. Und zwar ganz demokratisch. Ein Mitglied, eine Stimme. Bei Mitgliederversammlungen stimmen Sie unter anderem darüber ab, wie der Reingewinn verwendet wird. Bei uns geben also unsere Mitglieder die Richtung vor. Außerdem bietet Ihnen Ihre lokale Genossenschaftsbank viele weitere Vorteile, wie zum Beispiel eine attraktive Gewinnausschüttung und besondere Mitgliederleistungen. Diese besondere Förderung unserer Mitglieder bildet das starke Fundament unseres genossenschaftlichen Geschäftsmodells, das seit über 170 Jahren erfolgreich und im Genossenschaftsgesetz § 1 verankert ist. Über 18 Millionen Menschen in Deutschland sind bereits Mitglied einer Genossenschaftsbank und gestalten deren Geschäftspolitik aktiv mit. Sie möchten von der einzigartigen Förderung unserer Mitglieder und exklusiven Mehrwerten profitieren? Dann lassen Sie sich in einer Filiale in Ihrer Nähe genossenschaftlich beraten und werden auch Sie Mitglied.